Sie sind noch auf der Suche nach einem Highlight für Ihre nächste Party, für Ihre nächste Hochzeit oder für eine andere Veranstaltung? Da hätte ich was für Sie. Eine Fotobox oder noch besser, einen Magic Mirror. Und hier zeige ich Ihnen gleich, was ich damit meine. Fangen wir an mit dem Magic Mirror Nostalgie. Ein riesengroßer Spiegel im Nostalgie Design. Auch immer gern genommen, weil sehr schnell und einfach aufgebaut, die Hochzeitsfotobox im edlen weißen Design. Aber das absolute Highlight ist momentan der Magic Mirror modern. Ein zwei Meter mal ein Meter großer Spiegel mit ausgeklügelter Technik. Jetzt fragen Sie sich, ja was soll ich jetzt nehmen? Das bleibt Ihrem Guss zu ganz alleine überlassen. Alle drei beinhalten dieselbe Technik. Und zu allen dreien ist es möglich, alles dazu zu buchen, aber die Inklusivleistung sind komplett und ausreichend. Bringen und Abholen, Auf- und Abbau sowie der Support während der Veranstaltung telefonisch ist selbstverständlich inklusive. Das gilt für Magic Mirror Nostalgie, Magic Mirror modern, aber auch für die Fotobox. Und hier die Inklusivleistung. Fotoflat unendlich, Direktausdrücke, 250 in Postkartengröße, alle Fotos auf USB-Stick, ausreichende Props, Perücken, Hüte, Plünen, Nasen, individuelles Layout, drei Stück zur Auswahl. Zusätzlich bei Magic Mirror das VIP-Paket, das ist ein roter Teppich, zwei Kordeln links und rechts, Absperrkordeln und goldene Stamps. Und jetzt rufen Sie mich an. Oder schreiben ganz einfach eine E-Mail. Ich freue mich darauf. Warten Sie nicht zu lange, zögern Sie nicht. Fragen kostet nichts.